Heute ist echt schön Loot-Tag, du hast recht Na aber jetzt schon wieder, was bist du schon wieder alles am Looten? Gar nix Ach hier sind doch noch ein paar Kisten gewesen mit Munition, oh Du alter Loothaar, was gab's da? Freue ich dich nicht Haben wir halt noch eine Granate hier oben, tschüss Ich hab dich voll abgeschossen damit Das ist unglaublich Cheater Aber ich glaube auch wenn du zu Boden gehst, dass du dann die... verlierst Die Munition Ne, ich hab noch 40 Stück Wobei ich hatte eben schon 50, jetzt hab ich 55 Ich hab 40 Stück Mach da aber nicht Heiter geht so, hier geht keine Tür aufm komisch Da beklebt Du bist so dämlich Ich weiß Ich weiß War ich nicht Warum? Was? War ich nicht Guckst du denn da drauf jetzt? Du willst jetzt, bist du nur extra hier hingelaufen, deswegen Nö Ich hab doch schon weitermachen geh Krrrr 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 Siehste? Fängt's doch gleich schon wieder an Fängt's doch gleich schon wieder an Hallo Hallo Ich hab uns von der anderen Seite der Helios hierher durchgeboxt Ich hoffe auf der Seite hier was lustiger Die Wissenschaftler haben die Verteidigungsanlagen, die den Laser schützen, deaktiviert Eine Sache wäre noch zu tun, bevor ich dich los schicke Ich hoffe, das war all das wert Oh hey, cool Hä? Hm? Ein Time-Gerät, hm? Danke doch Danke, den lebe ich noch Den sind sehr verbunden Nein Sie sind toll Sie sind toll Sie haben die Verteidigungsanlagen deaktiviert, die den Monsterlaser schützen Sie gehen jetzt abschalten, aber ich rufe jetzt mein persönliches Fluchtschiff, das sie dir wegbringt Warte nicht Drück Wieder nicht Jetzt Wo? Objekte mit vorbereitet. Hier ist zum Zoll. Neuer Plan, Leute. Dr. Flatstone hat sich informiert, dass einer von euch ein Maulwurst von Safedan sein könnte. Und ich sagte könnte. Hunde. Geht nicht. Oh oh. Tschüss. Pff. Weih nicht. Pff. 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 jetzt habe ich eine helios zurück darf ich reisen oder muss ich warten 19 missionswaffen zwei stück die kann das schiff verkaufen glaube ich nicht kannst du nicht mehr auswerfen checkt euch zurückgefunden Du darfst mich nennen, wie du möchtest. Du näherst mit, der Mann, der mir einen... Du denkst spendiert. Nee. Nein. 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 Achso. Hinter uns. Das ist mir egal. Dickie Dickie. Alter, kannst du mir mal nicht mal auf den Kicks gehen? Ich hab auch zu sehen, die Granate gewechselt. Alter, das Ding zieht dann an. Nicht außerdem, sondern hatte ich sogar besser noch. Ich nehme lieber die wieder. Ich glaub, das war sogar die nicht. Ich heiße, wenn du es zwei verschienen hast und nicht mal weiß, welche das war. Das ist natürlich blöd. Ich nehm den Sunny. Ja, mach mach. Ich hab keine Granate mehr. Nimm das! Aber hier war doch irgendwie ein Shop, ne? Nee, hier nicht mehr. Nee. Nee. Okay, wir kommen in den Zugangstouris. Ich musste sie vor einer Weile schließen, wegen seiner Virusinvention. Dir sollte aber nichts passieren. Nur bitte nicht, ähm, nur mir, ähm, einatmen. Ah, guck doch. Ich hab da drauf. Ach so, okay. Ja. 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 Hallo. Da oben. Geht's hier. Gibt's schon. Faust. Komm noch einer. Komm so ein Schatz bad ass. War ich nicht. Na, direkt hinter dir gerade aber egal. Na, der Sunny, der Sunny. Nee. Jetzt muss ich alles nachladen, sicher. Neue Spieler-Skins freigeschaltet. Ja. Okay. Und diese Tunnel hätten ein Hochgeschwindigkeits-Shuttle-System beherbergen sollen, aber der Bau wurde eingestellt. Trotzdem führen sie direkt zum Auge der Helios. Oho. Ich kann das leicht, aber du schaffst das schon. Aha. Ja. Ja. Mua. Ja. Mua. Ja. Winnies of Helios. Update. Update, ein Badass-Punkt. Kann man schon. Wollen wir hier ganz kurz einen Cut machen, bevor die Aufnahme wieder kaputt geht? Ja klar, machen wir doch. Dann sehen wir uns Bis gleich Nö Haben wir uns gleich Leute Tschöö